Für ein Tabellenverzeichnis gelten dieselben Regeln wie für ein Abbildungsverzeichnis. Erst beschriften, dann das Verzeichnis erstellen. So geht's. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das kleine Kreuz an der linken oberen Ecke der Tabelle und wählen Sie Beschriftung einfügen. Wählen Sie Tabelle als Objekttyp und legen Sie die gewünschte Position der Beschriftung fest. Den Text tippen Sie hinter die Bezeichnung. Am besten trennen Sie den Text durch einen Doppelpunkt und ein Leerzeichen von der Bezeichnung. Soll nur der von Ihnen eingetippte Text nicht aber die Bezeichnung erscheinen, setzen Sie dieses Häkchen. Mit einem Klick auf OK schließen Sie die Aktion ab. Analog beschriften Sie jede Tabelle, die im Verzeichnis erscheinen soll. Jetzt erstellen Sie das Tabellenverzeichnis. Klicken Sie zuerst an die Stelle, an der Word das Verzeichnis erstellen soll und dann im Register Verweise auf das Symbol Abbildungsverzeichnis einfügen. Wählen Sie im Feld Beschriftungskategorie die Variante Tabelle. Nach einem Klick auf OK erstellt Word das Verzeichnis. Klick auf Erläufe. Klick aufẩmets Predigt. Klick auf Erläufe. Vielen Dank.